Hi Leute, ich bin Madison. Ihr denkt vielleicht, dass ihr euch mit Spider-Man auskennt. Aber um den geht es hier nicht. Ich zeige euch jetzt einen ganz neuen Spider-Man. Kommt mit mir und taucht einen in Spider-Verse. Entdeckt einen völlig neuen Spider-Man-Film. In Spider-Man Into the Spider-Verse gibt's viele Superhelden. Da gibt es Spider-Man Noir, ein schwarz-weiß Spider-Man aus den 30ern. Hey Freunde! Es gibt Penny Parker, ein futuristisches Spider-Girl mit japanisch-amerikanischen Wurzeln. Hallo! Und die hat natürlich einen Roboter als Sidekick, SPDR. Ja, so einen Roboter will ich auch. Also schräger kann's jetzt wirklich nicht mehr werden. Doch kann es! Okay. Genau wie in unserer Welt zeigen uns die verschiedenen Spinnenmenschen, dass Helden ganz unterschiedlich sein können. Eines weiß ich ganz sicher. Mach es nicht wie ich. Mach es wie du. Ja.